Ich hab's markiert bei dem roten Punkt. Okay. Ja, der Punkt ist leider für jeden selber immer rot. Du bist eigentlich gelb. Ach so, ja, okay. Ich bin wahrscheinlich pink. Du bist ein Schwuchtel, ja. Nee, der erste einloggt das irgendwie immer pink. Ach so, dann bin ich sonst immer pink. Nee, dann mach ich kein Spiel mehr. Okay. Jetzt hab ich was zweites. Ja, die Ball hat, das passt. Passt du. Da ist der, das ist ein Weibschild. Ja, was auch. Das könnte schwierig werden. Was so cool wäre, wenn wir so machigen können. Wurfax. Ja genau, Wurfax. Das ist auch geil. Noch eins? Oder ist das deins wieder? Ja. Das hat sich fast wie noch eins angehört. Das ist... Ja, das ist die Richtung. Wo du gerade bist, das ist schon das. Stimmeweise ist es in der Bodenfalte, ich sehe es nicht. Ach doch, da ist es. Weiß nicht, ob ich getroffen habe, aber es sieht so aus. Nein, scheiße, da kam es wieder. Weiß nicht, ob ich getroffen habe, aber es sieht so aus. Ja. 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 Die Hände sind es. so ist es kaum gesagt dass der blutig hast ja was du kohler dabei was du kohler dabei probiere ich mal das wird schon nicht viel bringen weil ich sie aber ich habe noch nicht verfehlt aber ich finde ich schweinlich ach du scheiße seid immer weg Vielen Dank. Jetzt höre ich sie. Ja, wenn da drei bis irgendwas steht, dann kannst du das mal suchen. 3 Strich 9 oder so. So, du stehst ja schon fast drauf. Oh. Ich habe erst gesehen, wie ich normal rum geguckt habe, wo es einmal stand oben rechts. Weiß ich nicht. Ja, ich dachte mir, hä, hier ist doch nichts. Das ist doch rechts da hinten. Ja. 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 Geil, ich bin gerade mit einem Pheasant hinterher gelaufen, einem Fasan, einem Tracking 2 von Pheasanten. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.